Hey Leute, wir sind auf dem Weg nach Russland. Wir wollen uns das Spiel ansehen von Deutschen. Wir hoffen, wir gewinnen, denn unser deutsches Team wird den Pokal rollen. Juhu! Aufschauen! Ich will's nochmal. Ich hab was vergessen. Unsere deutsche Flagge wollte ich noch mitnehmen. Die brauchen wir ja, wenn wir in Russland sind. Wir müssen ja unser Land vertreten. Also macht's gut. Und tschüss!